Ähm, hier durch, hier durch, hier an der Schule, hier runter, hier, dort, dort und dort. So, zwei Busverbindungen, zwei neue. Wir können später, haben wir jetzt ja freigeschaltet, auch hier U-Bahn bauen. Ähm, ja, da habe ich Stargates und so weiter. Ähm, könnte man machen, haben wir noch nicht gemacht bisher. Werden wir sicherlich irgendwann machen, im Moment lohnt sich das noch nicht. So, ist noch zu teuer einfach. So. Im Moment schaut's gut aus. Was haben wir denn hier? Ähm, orthodoxe Kirche. Ähm, noch eine Kathedrale. Achso, okay. Ähm, den O2-Dom haben wir schon gebaut. Ja, ich weiß, der steht nicht, eigentlich nicht in Köln, aber es gab die Langsis Arena bisher nicht. Habe ich zumindest nicht gefunden. Also habe ich die mal gebaut. Könnte natürlich auch das Brandenburger Tor hier hinbauen. Machen wir aber nicht. Was ist denn jetzt schon wieder mit dem Müll los? Chinas. Braucht ihr noch eine Deponie? Na gut, machen wir noch eine. Ähm, machen wir hier noch eine Deponie hin. Und noch eine Müllverbrennungsanlage. Ja, so sieht gut aus. Ähm, ich war gerade genau hier. Äh, die Albert Hall aus London könnten wir bauen. Machen wir auch nicht. Mal gucken, ob es irgendwas Schönes gibt, was wir bauen. Statue des Wohlstandes. Ah, guck mal, eine Statue des Wohlstandes. Die kann man doch mal bauen. Äh, es soll immer mal gut zu bauen. Die bauen wir mal einfach hier hin. Jo. So. Was haben wir noch? Statue der Industrie. Können wir auch mal bauen. Bauen wir mal. Ah, wir haben ja hier den grünen Gürtel. Wir könnten sowas alle naselang in den grünen Gürtel bauen. So, da hin. Und, ja, da ist der Fernsehturm am grünen Gürtel. Sehr gut. Ähm, hier an den grünen Gürtel zum Beispiel. Jetzt haben wir noch zwei über. Da eine hin. Hier hinten haben wir noch keine. Hier eine. Haben wir den grünen Gürtel. Voller Statuen. Sehr cool. So, was können wir denn sonst noch so bauen? Ikea. Ja, Ikea bauen wir auf jeden Fall auch noch. Die Space Needle bauen wir nicht. Äh, ein Hardrock-Café in Köln. Jo. Hardrock-Café Köln. Kommt natürlich in die Innenstadt hier. In die Nähe vom Dom. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in Köln gibt es eigentlich keins. Aber wir machen das trotzdem mal. Weil einfach wir es können. Wenn wir denn Platz finden. Wenn wir denn einen schönen Platz finden. Hier. Ja, da. Das zählt noch. Ja, ist in der Nähe vom Dom. Ist in der Fußgängerzone. Alles klar. Genauso wie ein schickes Einkaufszentrum. Das machen wir aber an den Ring dran. Ähm, in der Nähe vom Dom, würde ich sagen. Das heißt, auch in der Nähe vom Hardrock-Café machen wir hier mal so ein Einkaufszentrum dran. Jawohl. Was haben wir denn sonst noch so? Hm, hm, hm. Den machen wir in den grünen Gürtel. Weil wir den grünen Gürtel hier schon mal weiterziehen könnten. Tatsächlich. Einfach nur, um den schon mal zu haben. Äh, sechsspurige Straße. Genau. Die geht hier. Über die Bahn drüber. Na? Komm her. Ja. Genau. Mhm. Okay. Große Querstraße bauen, um Jop, jop. So. So, und dann machen wir das hier. So. 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 Hier haben wir den grünen Gürtel. Diesen Bereich hier machen wir noch mit nicht so dicht besiedeltem Wohngebiet. Später. Im Moment haben wir keinen Bedarf. Und wir vergrößern mal die Bereiche hier tatsächlich. Denn, ähm. Ja. Ihr seht das. Die über... Lagern schon gar nicht mehr den Bereich, dem sie eigentlich entsprechen. Wir haben hier Altstadt. Ui. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt können wir Solarkraftwerke bauen. Das werden wir dann gleich auch ausgiebig tun. So. Das bleibt alles Altstadt hier. Altstadt, 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 Altstadt. Bis hier hin. Und ab hier... Ich weiß gar nicht, was südliches Köln ist. Das muss ich dann noch rausfinden. Kommt dann das nächste. Wobei, ne. Altstadt machen wir bis zur Autobahn. Bis hier. Das ist dann die Altstadt. Genau. Zwischen den beiden. Zwischen dem... Dieser Brücke und dieser Brücke ist alles Altstadt. Genau. So machen wir das. Äh. So. Als nächstes wollte ich... Irgendwas machen. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Sieht gut aus mit der Bevölkerung. Wie sieht der Stau aus? Ja, Stau. In Köln ist immer Stau. Wenn wir hier nicht Köln bauen würden, würde ich sagen, ich muss was ändern. Oder wir hier Köln bauen. In Köln ist immer Stau. Immer. 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 Ich habe es noch nicht erlebt, dass in Köln kein Stau war. Ah. Solarkraftwerke. Wollte ich bauen. So. Wir bauen mal eins erstmal hier hinten hin. Und zwar nach Deutz. Ich überlege nur wo. Hm. 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 Ja. Da ist gut. So. Eigentlich sollte die Stromversorgung genau jetzt hochgehen. Jetzt können wir hier mal anfangen abzureißen. Ja. 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 Jo. 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 So. Jetzt brauchen wir gleich das nächste. Ihr seht das. Unser Strombedarf geht etwas in den Keller. Aber noch ist er im Rahmen. Wir müssen ja den Rhein langsam freikriegen, weil da ja eigentlich Schiffe drauf haben. So. Jetzt sind wir im gelben Bereich. Ihr seht das. Jetzt müssen wir noch eins bauen. Die sind halt echt relativ teuer. Mit 80.000. Aber das macht nichts. Äh. Dafür decken sie gut den Strombedarf. Das heißt, wir bauen jetzt noch eins. Hier hin. Und schließen das natürlich auch an. So. Und sobald diese Leitung... Ja. Sollte jetzt das schon wieder besser aussehen. Und eins können wir noch bauen. Ein drittes. Das bauen wir auf diese Seite. Dann können wir nämlich diese paar Windmühlchen hier auch noch abreißen. Pass auf. Wir machen einfach folgendes. Wir reißen die ab. Und setzen das an deren Stelle dahin. Das ist eine verdammt gute Idee. So. Das hier. Ui. Jetzt haben sie Strombedarf. Hallo. Dein. So. Heißt, wir sollten hier... Jetzt sieht der Stromverbrauch wieder gut aus. Hier auch mal noch eine Querleitung bauen. So. Ist noch nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall schon wieder sehr gut. So. Nur dieser Verkehr hier, der löst sich einfach nicht. Der löst sich nicht. Der löst sich nicht. Wie es in Köln also ist. Naja. Die haben im Moment keinen Strom. Ähm. Weil da halt noch nichts ist, was sie mit Strom versorgen könnten. Das wird sich ändern demnächst. Hier das... Eigentlich ist das, glaube ich, der Stuttgarter oder so. Der Berliner. Ne. Berliner, der sieht anders aus, oder? Ne. Doch. Ist der Berliner, ne? Ist auch egal. Stuttgarter oder Berliner. Ja. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. So. Wenn ich hier mal ein bisschen in die Stadt reinzoome, dann müssen wir da mal die Pumpen noch wegbringen. Denn die sehen ja jetzt hier so wirklich überhaupt nicht schön aus. So kurz vorm Dom. Ähm. Ich zoome hier mal so rein. Ich finde, mit dem Dom da sieht das schon echt fast aus wie Köln. Also nicht perfekt, aber man kann es sich vorstellen. Ist halt leider nicht der echte Dom, sondern Notre Dame. Da fehlen hier eigentlich die Spitzen und so. Von der Art her ist es ein bisschen anders. Ist aber egal. So. Wir haben schon wieder massiven Bedarf an Industrie- beziehungsweise Bürogebäuden. Dann bauen wir neue Bürogebäude. Und zwar hier hinten hin. Auch diese natürlich wieder verkehrsberuhigt, was wirklich praktisch ist. So. So. Büros. So. Was hat man da glaube ich ja genau. Ja. Können dort neue Büros entstehen.